Gott der Vater sendet Jesus in diese Welt, um das Werk zu vollbringen. Jesus, der Gesandte, schickt auch einen Menschen zum Teich Shiloach, um das Werk zu vollbringen. Hören wir zuerst ein Fragment des Evangeliums, welches wir heute am Sonntag in der Kirche hören. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als Jesus dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde. Dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, Geh und wasch dich in dem Teich Shiloach. Shiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten, Ist das nicht der Mann, der das saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere meinten, nein, er sieht ihn nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da fragten sie ihn, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete, der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir, Geh zum Shiloach und wasch dich. Ich ging hin, wusch mich und konnte wiedersehen. Dieses Evangelium zeigt uns einen Blinden, der unvollkommen ist. Aber im Grunde genommen, dieses Evangelium spricht vor allem über Jesus Christus, wer er ist. Jesus Christus, der vom Vater gesandt ist, um das Werk vollzubringen. Er macht hier, oder Jesus wiederholt hier, das Schüpfungsakt. Das, was wir am Ende der Bibel lesen, wie Gott aus dem Boden einen Menschen gemacht hat und alle Wesen, alle Lebewesen. Genauso auch hier, Jesus greift auf dieses Mittel und schafft etwas Neues. Jesus macht diesen Menschen fähig, wiederzusehen, obwohl er von Geburt blind war. Das merke ich auch mir, diese schöpferische Kraft Gottes, wo er etwas Neues in mir schafft. Und er befähigt mich, mit neuen Talenten, Begabungen, Sachen zu machen, die neu sind. Somit kann ich auch Gott loben und preisen in dem, was er an mir selbst bewirkt. Der blinde Mensch, der jetzt sehen kann, das Erste, was er sieht, ist sein Abbild in dem Teich Shiloach. Shiloach, wie der Johannes uns schreibt, bedeutet Gesandte. Und der Gesandte ist Jesus selbst. Das bedeutet, der Mensch sieht sein Abbild in Jesus Christus. Das kann für uns selbst eine sehr freie Botschaft sein. Wenn wir an Jesus schauen, wir erkennen, wer sind wir. Nicht, was die anderen über uns sagen, sondern das hörst du von Gott selbst, wer du bist. Das sehen wir hier an den Nachbarn, Bekannten, die ihn beschreiben. Manche sagen, er ist ein Sünder. Manche sagen, er ist nicht, er ist nur ähnlich dem da. Der Blinde, der jetzt sehen kann, er weiß jetzt, wer er ist, weil er Jesus gesehen hat. Er war mutig, auf sein Wort zu hören und befolgt dieses Wort. Das ist die Einladung, die Gott auch an uns gibt. Wenn wir auf sein Wort hören, wenn wir es befolgen, wenn wir mittun, sagen, wir werden Gesandte, genauso wie Jesus. Und wir werden sehen, wer bin ich, wenn ich auf Jesus schaue. Somit wünsche ich dir erstens Mut, auf Jesus Wort zu hören und es zu befolgen. Und das Zweite, wenn du das tust, du wirst sehen, wer du bist. Und du bist Abbild Gottes. Du bekommst diese Würde, die Gott dir gegeben hat, zurück. Somit kannst du in deinem Leben Gott loben, in Preisen und bekennen, ja, er ist wirklich der Messias. Das wünsche ich dir aus ganzem Herzen. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, jetzt. Grüß Gott. Untertitelung des ZDF, 2020